Hallo, hier ist Chichi, die Graffe. Wie ihr seht, kommen wir gerade von draußen. Oh, Leute, das ist ein Frost, eine Kälte. Die geht durch alle Knochen. Mir tropft der Nase. Alle seien froh, dass ich hier nicht zwei Eiszäpfchen hängen habe. Naja, was erlebt man da immer? Da geht man hin und macht einen schönen gemütlichen Spaziergang. Und dann sind sie immer die jungen Leute um einen herum mit ihren Handys. Und dann geht das los. Hallo, ich bin's, Jennifer. Ungefähr, weißt du, dass ich mir eben einen neuen Rock gekauft habe? Du, der sieht irre aus. Kannst du heute Abend mal vorbeikommen und dir das gute Stück ansehen? Moment, ich muss Schluss machen. Der Bus kommt. Ja, Gespräche sind das manchmal. Und dann geht... Meine Güte, jetzt klingelt doch auch bei mir das Telefon. Hallo, wer ist da? Sonst ruft mich doch auch kein Schwein an. Wie bitte? In meinen Videos werden Wahrheiten ausgesprochen. Und das finden Sie empörend. Na, hören Sie mal. Man muss doch Charakter haben. Und Rückrat. Wie meine Chichi. Das ist besonders lang. Wissen Sie was? Legen Sie mal schnell wieder auf. Sonst tue ich das, wenn Sie jetzt nicht mal in eine Pötte kommen und auch mal ehrlich sagen, was Sie von allem hier in Deutschland... Ne, zum Lachen ist mir gar nicht zumute, was Sie von Deutschland halten. Ich sage Ihnen nur eins. Es gibt hier einen Politiker, das kommt nicht von mir. Das hat der geäußert. Angeblich vor dem Bundestag. Wenn Arschlöcher fliegen könnten, wäre hier garantiert ein Fluglandeplatz. Ja. Der hat die Sachen bei Namen genannt. Und wir tun es auch. Und ich sage Ihnen eins. Wenn Sie nicht langsam auch Rückrat beweisen, dann wissen wir nicht, wie das in Deutschland weitergeht. Tschüss. Ja, Chichi, so ist es. Die meisten Menschen sagen gar nicht mehr, was sie denken. Aber wir wollen das äußern, was uns durch den Sinn geht. Und wem es nicht gefällt, der braucht sich ja unsere Videos nicht anzuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit einer lustigeren Geschichte. Eure Chichi Heike. Tschüss.